Dann wollen wir mal gucken. Ich weiß schon gar nicht mehr wo wir stehen geblieben sind. Also das was mich immer noch triggert, dass man echt keine Musik hört. Also ihr werdet sie haben, auch jetzt die Originale. Ich habe nämlich hier ein bisschen die Wand angemachte Kaimauer angepasst. Ist alles dieselbe Höhe, nur halt hier vorne ist es. Habe ich es halt ein bisschen höher gemacht, bei der Brücke und so weiter. Aber es wird wahrscheinlich auch hier hinten noch mal alles passieren. Moment, wie war das noch mal? Motherfakete? Wuh? Oh. Ähm. Ist eine neue Version verfügt? Glaub ich noch nicht eine neue Version? Verdammt. Was können wir ändern? Wie ist denn das noch gleich? Äh, underground Kabel. Ein Bild. Ein Bild. Ja. Ein Bild. Gez. Wie ist denn das? Au. A. Insel. Nur. Imalı. Das scheint ja das zu sein. Ok. Das heißt, wenn wir das später machen. Moment, wir haben Abwasserprobleme. Wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, wohl Abwasserprobleme. Lassen wir das Abwasserproblem raus, da hinten. Schön und alles. Eko, genau. Öko. Schwierig. Ich bin nicht richtig gesehen. Wir brauchen auch langsam Müllentfernung. Haben wir da überhaupt schon was? Nein, doch haben wir sogar schon. Tatsache. Können wir es schon verbrennen? Müllverbrennung wie Zeitling Center. 240 die Woche. 240 die Woche. Können wir eins oben auf dem Berg platzieren. Mal gucken. Öko, genau. Komplett Öko. Erstmal gucken. Gebiete und so weiter. Ich würde ja sogar noch ein weiteres kleines Gewerbegebiet machen. Wobei von den Ressourcen her sind wir ja hier auch schon nicht mehr so ganz so im guten Bereich. Was das betrifft. Was das fruchtbare Land betrifft. Wir haben nur 103 Hektar fruchtbares Land. Nur. Das ist nicht viel. Deswegen würde ich spontan Mal gucken wie es mit dem Wasser aussieht. Wir werden definitiv noch mal Probleme bekommen was das jetzt betrifft. Das heißt, das habe ich speziell Erfahrungen genommen. Das heißt, ich würde jetzt dieses Gebiet hier für normale Industrie erstmal nutzen wollen. Wobei... Das ich noch gar nicht... Wobei ich erst... Ich würde lieber noch ein Gold für anlegen will. Mal gucken was da hier so bei Raum kommt. Für eine schöne Form. Erstmal so würde ich mal sagen. Ich dachte ich hätte den Mist wieder deaktiviert. Eigenschaften. Okay was denn Capturing ist. Hm. Eigenschaften. Okay was denn Capturing ist. Alles klar. Alles klar. Habe ich es nur mit. Äh... Wasser. Ja... Es wäre doch gedacht wenn wir das welche machen. Das ganze müssen wir mit sich halt irgendwann nochmal rumwändeln. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das ist toll. Ich hab' es probiert. Also declarieren wir mit dem. Das ist ein... Dich. 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 So, probieren wir es erstmal damit. Ich weiß schon, ob ich beschleunigt hatte, aber nicht. Wir brauchen auf Eifelde immer noch und wieder, was ist immer noch, wir brauchen schon wieder richtig viele Leute. Dann wollen wir das ganze hier vorne mal ein bisschen anfassen, würde ich sagen. Heißt mehr Straßen und so weiter. Wobei wir können eigentlich schon mal hier auf die grünere Straße... rumspezialisieren. So ein bisschen und dann hier vielleicht vorne eine Allee. Genau, Industriegebiet. Vielleicht soll ich es noch ein bisschen erweitern. Ach Mist. Weile zur Seite. Wobei hier hat es ja auch schon aufgehört. Machen wir dann erstmal nur dieses Gebiet. Ach verdammt. Ach nöööööö. Läuft immer wieder super. Safe. Ok. Industrie-Spezialisierung. Haben wir denn keiner? Ok. Ich verstehe. Habe ich somit... Das Gebiet müssen wir wahrscheinlich auch noch erwarten. Wir haben auch ein Gebiet hier? Ok. Haben wir jetzt ein Stadtgebiet. Wobei wir wahrscheinlich hier diesen Abschnitt vielleicht gar nicht gebrauchen. Das Wasser haben wir sogar schon fast komplett hier. Den können wir sogar schon wieder neu reinpacken. Wunderbar. Das Olivenviertel. Statt wechseln und wechseln und wechseln. Ich habe nur das Gefühl, wir... Genau. Parks sollten wir auf alle Fälle platzieren. Das habe ich nämlich die ganze Zeit vergessen. Parks, 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 Parks haben wir hier. Ja. Gar nicht wahr. Habe ich auch gar nicht vergessen. Oder meint. Vielleicht hier auch einen größeren Park, dass wir dann... ...die Leute dort auch hinlaufen lassen können. Hm. Bauen wir jetzt ja die Wege nochmal. Mal. Äh. Mit Straßenlaterne. Äh. ja ohne Vielleicht nochmal vorne gerade von hier nach dort, dass wir auch dort ganz auf dem direkten Weg hin können. Und nochmal vielleicht was kurvigeres. So, hier hinten entlang. So? Oh, ganz in Ordnung. Das passt doch. Wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt noch was. Mir fehlt auch dort was. Ich glaube, sehe ich das so? Sehe ich das richtig? Ich sehe nämlich nichts. Habe ich wahrscheinlich alles noch damals vergessen gehabt, dass wir da hier ja eigentlich auf... ...versorgene Haushalte gehen können. Das wird natürlich jetzt erstmal einen ordentlichen Einbruch geben, aber... Das wird schon nicht so schlimm sein, hoffe ich mal. Ähm. Okay, vielleicht doch. Verdammt. Hm. War vielleicht doch keine so gute Idee, alle Leute jetzt wieder rauszuschicken. Aber da brauchen sie ja schon wieder. Könnte nur Schrumpel mir geben. Na super. Gut. Lassen wir die Malver machen. Kriegen wir schon hin? Die kriegen wir ja schon wieder hin. Hab ich mal. Hm. Sehr gut. Gut. Mal abwarten. Wir verdienen gerade zu viel Geld durch diesen drastischen Schritt. Wir verdienen gerade zu viel Geld durch diesen drastischen Schritt. Das wäre jetzt leider mal kurz noch mal wachen müssen. Wobei wir irgendwie etwas teures passieren. Hoffentlich kommen die auch schnell wieder. Seif. Das scheint doch schon langsam wieder. Ja, scheitert schon langsam wieder. Zwar nicht das Geld, aber oieieieiei... Ist das doch das irgendwie... 30% weniger Steuereinnahmen, weniger... Ah, ich verstehe. Ups. Hä, immer noch nicht? Really? Das verarscht ihr mich doch. Und jetzt? Ah, wow. Really? Kein Kommentar? Ich weiß nicht, ich finde dieses Gebäude sieht immer so aus, als ob da irgendeine Korrelle gebaut wird. Die Leute kommen langsam wieder in die Scheiße. Das war ein ordentlicher Einbruch. Und das auch ganz ohne Tsunami oder sonstiges. Und das ist immer noch aktiv. Uff. Ja, ja, bekommt schon Leute, alles gut. Ja, gut. Es muss halt echt die Mahndings da helfen. So, dass man alles schnell wieder zurückbeheben kann. Aber... So macht es ja auch mehr Spaß, ne? Ja. 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 Ich denke mal, ich werde aber die... Also das geben wir ja auch wieder Burschen auf den Keks. Also ich bin jetzt hier... Ich habe... Wer ist das? Ich habe... Die Blend Value ist so high. Das sind doch nur 9%. Da habe ich meinen Text ist geringer Bodenrichtwert. Soll ich noch ein Paroxidamen wieder zur Zeit haben? Ich habe nämlich... Oder ich will Streamrides OBS testen. Habe es eigentlich vorher gehabt zu testen. Heißt hier... Jetzt gehen jetzt natürlich alle raus. Alle geschlossen raus. Auch alle ganzen Industrien und so ein Scheiß. Scheiße. Ähm... Habe... Wie heißt das? Streamrides OBS... Wollt ihr alle testen, hier streamen und so weiter. Ähm... Hat aber nicht funktioniert gehabt, als ich OBS noch installiert hätte. Und so drei, vier Monate später oder so habe ich mir dann gesagt... Okay, weißt du was zum Testen? Deinstallieren wir den OBS, speichern wir vorher noch mal alle Sachen ein und so weiter. Pipapo... Und das Problem ist... Ich kann halt das nicht capturen. Also ich kann halt die Skylines, habe ich als Game Sound... Ach, Game Sound... Game... Äh... Szene... Kann aber nicht... Habe da aber halt ein schwarzes Bild. Deswegen muss ich jetzt Windows Capture machen. Und bei Windows Capture ist das Problem, dass man es nicht deaktivieren kann. Das... Hier von... Das... Das... Das Overlay von Drittanbietern aufpoppt. Beispielsweise seht ihr jetzt hier gerade hier oben, dass ich das... Ständig jetzt hier da verpixeln muss. Weil... Das halt Discord ist. Und das geht mir grad tierisch auf den Sack. Vor allem, weil ich mir 100% der Sicherheit bin, dass ich das... Ähm... Schon deaktiviert habe. Ja, ich weiß, man kann es deaktivieren. Und ja, ich habe es deaktiviert. Das Overlay ist aus. Das habe ich nochmal ausgemacht. Also ich weiß, dass es aus war. Ich weiß, wie ich es deaktiviert habe. Aber... Naja... Ich weiß, wie ich es nicht verliebt habe. Ich weiß, wie du es nicht verliebt haben. Ich weiß, wie ich es nicht verliebt habe.